So, die Kollegen haben jetzt extra eine Polizeiakte für euch angelegt, nachdem ihr sie drum gebeten habt. Also, Joramit Sean und Justin Jason, 19 Jahre alt, haben nach eigenen Angaben brutales Verbrechen begangen. Was habt ihr angestellt, hm? Wir haben in der Tankstelle zwei Paletten Überraschungseier abgezogen. Das war's. Okay, warum? Weil wir Gangster sind, wir sind die Black Snakes! Nein, wir heißen die Dark Shallows! Ihr scheint das hier nicht ernst zu nehmen. Hier ist die Polizei. Ihr stellt euch und sagt, ihr habt ein Verbrechen begangen. Ihr nervt stundenlang meine Kollegen und haltet den Betrieb auf für Überraschungseier. Wir haben doch gesagt, wir sind die Black Snakes. Seid ihr absolut bescheuert? Nein! Hey! Dark Shadows! Junge, das ist ein blöder Name. Jeder Shadow ist doch Dark. Aha, ganz genau. Also, ich mach mal diese Mappe langsam wieder zu und ihr geht nach Hause, ja? Nein, Mann, sie müssen uns nur in den Knast bringen. Sie wollen doch nicht zwei Gangster laufen lassen. Wir sind knallhart, wir sind eine Gefahr für alle Menschen. Black Shadowsnakes, das ist es! Moment, ihr wollt in den Knast? Ja, Mann! Auf jeden Fall! Kommt zum Geier, wollt ihr das denn? Seid ihr echt so dumm? Na, damit wir auf der Straße als echte Gangster akzeptiert werden. Akzeptiert, genau. Ähm, ihr wisst schon, dass ihr im Knast dann nicht mehr Playstation spielen könnt, ne? Was? Das wusste ich nicht. Ich dachte, der Knast ist so mega abgammeln, muss nicht arbeiten gehen. Ja, man muss keine Miete bezahlen und man bekommt sein Essen umsonst. So, Chilo Abfuck. Chilo Abfuck. Ja, Mann, wir sind die Black Snakes. Nein, Black Shadowsnakes. Ja, da werde ich mal sehen, was ich machen lässt. Mega, Mann, geil. Ich suche ne nette kleine Zelle für euch beide. Könnt ihr auch so ein Polizeifoto von uns machen, so von vorne und von der Seite? Alles inklusive. Ja, Mann, Gangster. Echte Gangster. Achmaster. Heh. Ja. Ja. Wirklich groß potittens ja. Pogelaugh. Wirklich großartig.